Heute ein kleiner Abschnitt aus dem Markus-Evangelium zur Predigt Markus 4, 34 bis 41. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, Jesus, zu seinen Jüngern, lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, Schweig, verstumme! Und der Wind legte sich, und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, Wer ist der, das ihm Wind und Meer gehorsam sind? In den letzten Tagen ist die Ostsee wieder in die Schlagzeilen gekommen. Vor der Insel Bornholm hat es unter Wasser mächtig geknallt. Die Gasleitungen, allen inzwischen bekannt, Nord Stream 1 und 2, sind an mindestens drei, vielleicht sogar an vier Stellen aufgesprengt worden. Und das wohl sehr professionell. Wer hier tätig gewesen ist, darüber gibt es eine große Diskussion. Wer hier für Fakten sorgen wollte, das ist sehr umstritten heute noch. Der polnische Außenminister Zbigniew Grau hat sofort Russland bezichtigt, für diese Sprengung verantwortlich zu sein. Der ehemalige polnische Außenminister Radek Sikorski hingegen hat sich über Twitter gleich bei Herrn Biden in den USA bedankt. Was auf jeden Fall klar ist, dass in diesem Winter durch diese Leitung kein Gas strömen wird. Vielleicht nie mehr. Die dramatischen Geschehnisse, die sich vor 30 Jahren vor einer anderen Ostseeinsel abgespielt haben, nämlich vor Rügen, haben nicht mit einer gewaltigen Sprengung zu tun, die Menschen irgendwie zu verantworten haben, sondern mit einem gewaltigen Sturm. Am 14. Januar 1993 versank vor Rügen das polnische Fährschiff Jan Hewelius und riss 55 Passagiere mit sich in den Tod. Damals stürmte der Orkan Verena mit bis zu 150 Stundenkilometer über die Ostsee und türmte die Wellen vier bis fünf Meter hoch. Von deutscher Seite aus hatte man alle Fährverbindungen eingestellt, aber die Jan Hewelius ist in See gestochen, obwohl sie eigentlich den Ruf eines Seelenverkäufers hatte. Also ein Schiff, das schon einige Male knapp dem Kentern entgangen war, weil Ladungen schief gelagert waren oder schlecht gesichert waren. Der unglaubliche Seegang in dieser Nacht, damals am 14. Januar, und die wieder voll beladene Hewelius mit Eisenbahnwaggons, die schlecht oder gar nicht gesichert waren, führten dazu, dass das Schiff Schlagseite begam, schließlich sich auf den Kopf drehte und sank. Das alles ging so schnell, dass man keine Rettungsboote mehr zu Wasser lassen konnte. Viele Passagiere blieben im Schiffsrumpf eingeschlossen, andere sprangen über Bord ins eiskalte Wasser und kamen dort um. Es wurden insgesamt nur neun von 64 Menschen gerettet. Die anderen starben und nicht alle wurden gefunden. Das Wrack liegt noch vor Rügen, soweit ich das weiß. Der See Genezareth ist viel kleiner. Er wird aber auch das Galileische Meer genannt, ist die blaue Perle im palästinischen Jordangraben. Und er ist bekannt für tückische Winde. Sie werden auch im Volksmund die wütenden Böen genannt. Und die gibt es bis heute. Der See Genezareth ist umgeben von Höhenzügen und da gibt es immer wieder eben auch diese Fallwinde, die dann sich also als wirklich stark erweisen und den so schönen, idyllischen See, wie wir ihn sehen und erleben können, bei gutem Wetter über Nacht in einen tobenden Hexenkessel verwandeln können. Im Mai diesen Jahres hat es so eine Böe wiedergegeben, eine wütende Böe. Und sie hat ordentlich Schaden erzeugt. Das hier ist die Strandpromenade von Tiberias. Und insgesamt ist der Schaden, der im Mai diesen Jahres entstanden ist, auf 47 Millionen Euro beziffert worden. Weil es keine breiten Strände gibt, an denen sich die Wellen so auslaufen können, krachen sie eben mit großer Gewalt an die Ufer und innerhalb des Sees schaukeln sie sich ungewöhnlich für einen Binnensee hoch. Und da braucht man nicht nur einen Seelenverkäufer, also so ein Schiff, das eh schon kritisch ist, sondern auch die ganz normalen Fischerboote reichen aus, um in echte Seenot zu geraten, in echte Gefahr zu geraten. Die Jünger haben das wohl nicht gewusst, als sie abends da losgeschippert sind. Das ahnt man nicht immer gleich. Die waren einfach nur müde. Der Tag war richtig vollgepackt mit Ereignissen und man wollte jetzt Abstand haben zur Volksmenge und einmal einen Moment durchschnaufen. Ein solches Bedürfnis ist auch legitim. Und da hat man gesagt, wir fahren einfach ans andere Ufer und ein paar Boote sind noch mitgefahren, um dort ein wenig zur Ruhe zu kommen. Jesus hat die Zeit aber schon mal unterwegs genutzt für ein Nickerchen, für ein Schläfchen. Und ich stelle mir das so vor, dass auch die Jünger da nicht gerade so praller aufmerksam, sondern eher so dösend auf ihrem Schiff hingedämmert haben, bis sie gemerkt haben, das, was da jetzt an Wind kommt, das ist nicht der übliche schöne Abendwind, der noch ein bisschen Kühlung bringt, sondern jetzt macht sich da was auf, das kennen wir, das ist die wütende Böe. Jetzt passiert etwas, das ist alles andere als ein Kinderspiel. Von einem Moment zum anderen sind also diese Menschen an die Grenzen ihres Lebens gestellt. Von einem Moment zum anderen. kann das Leben vorbei sein. Sie gucken, weil sie gezwungen sind, dem Tod ins Auge. Das ist nicht die romantische Geschichte von irgendeiner Kinderbibel, sondern da ist wirklich jetzt im Moment Todesangst da. Ein furchtbares Gefühl. Dass da so langsam anfängt in einem und dann unaufhaltsam heranwächst und immer weiter wächst. Ein unerträgliches Gefühl, dass die Seele ihren Halt verliert, dass man ins Bodenlose absinkt, dass man da so hilflos und rettungslos dieser grausigen Tiefe ausgeliefert ist, die einen zu verschlucken versucht und hat keinen Halt, an den man irgendwie packen kann, ohne etwas ändern zu können, ist man dieser Todesmacht ausgeliefert. Die saugt einen unter Umständen gleich im nächsten Moment in die Tiefe. Bei den Jüngern herrscht also nicht nur Seenot, sondern gleichzeitig auch Seelnot. Die Not der Seel. Und die können Menschen erfahren, auch jenseits von einem tobenden Gewässer. Man muss nicht in Seenot geraten, um die Seelnot kennenzulernen. Gerhard Schnitter hat ein eindrückliches Lied, ein Seelnotrettungslied geschrieben. Da werden wir nachher auch zwei Strophen von singen. Und in dem beschreibt er vier Arten von Wellen, die, wenn sie aufgepeitscht werden in unserem Leben, auch mitten auf dem Land unsere Seelen in Not bringen können. Die erste Welle, und die kennen wir zur Genüge, ist die Welle der Angst oder sind die Wellen der Angst. Die sind seit zwei Jahren immer wieder angeblasen worden und bringen viele Menschen in furchtbare Seelnot, haben sie hineingebracht. Wenn die dunklen Angstwellen das Innere erregen und auftürmen, dann hat man den Eindruck, da ist so ein schreckliches Sehungeheuer, der seinen Rachen aufreißt und einen verschlingen möchte. Der Schnitter, der zählt es auf, was das sein kann. Angst vor dem Leben, Angst vor der Einsamkeit, dem Sterben, dem Alltag und auch Angst vor der freien Zeit. Ein Workaholic könnte gut von dieser Angst erzählen. Diese Angst hat vor der freien Zeit. Und wir können heute mühelos noch was anfügen. Angst vor Viren, Angst vor Krankheiten, Angst vor Krieg, Angst vor Jobverlust, Angst vor Blackout, Angst vor Rezession, Angst vor Armut, Angst vor Klimawandel, Angst, 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 Angst. Und diese Angst beklemmt. Schnitter sagt das wunderbar. Sie beklemmt und sie hemmt und sie nimmt die Ruhe und sie scheint unbesiegbar zu sein. Und eine Welle nach der anderen rollt heran. Gratis eine ausgeplätschert, ist schon die nächste wieder da, die die Angst befördern möchte. Von der anderen Seite, sagt Schnitter, kommt eine ganz andere Welle. Die Wellen der Schuld, die kommen aus dem Gewissen herangebrandet. Wenn diese wütenden Schuldwellen über uns zusammenschlagen, dann bedrücken sie uns. Was haben wir da gemacht? Was haben wir da verpasst? Was haben wir da nicht gemacht? Sie blockieren das Leben. Das kann ich nicht mehr rückgängig machen. Das kann ich nicht mehr ändern. Da rast dann eine Wasserwand aus schuldhaftem Handeln vor Gott und vor den Menschen in unserem Reden und in unserem Sein und bricht über uns zusammen. Auch das sind schreckliche Wellen, wenn einer da ständig mit seinem Gewissen kämpfen muss. Da gibt es die ganz anderen Wellen, die nicht weniger gefährlich sind und nicht weniger verhängnisvoll, die Wellen des Leides und der Traurigkeit. Die drücken in die Tiefe. Die sind wie ein Sog nach unten. Die nehmen den letzten Rest der Hoffnung. Da schaut man auf die Entbehrungen, auf die Bosheiten, auf die Gräber, auf die Krankheitszeiten. Und das ist wie eine Welle. Und bei manchen eine nach der anderen. Gerade ist eine Krankheit überwunden, hat sich schon die nächste an der Tür angemeldet. Und jedes Hoch im Leben, wie man so sagt, wenn man mal nach oben kommt, die Nase wieder hoch hat, scheint nur der Moment zu sein, wo es danach wieder runter geht. In die Tiefe. Jegliche Lebensfreude kann da weggeschluckt werden. Untröstliche Traurigkeit ertränkt sie. Und dann, darüber haben wir am letzten Sonntag genügend gehört, die Wellen der Sorgen. Die uns manchmal wie so ein Spielball vor sich her treiben. Sorge ums Dasein, ums Lebensglück, um Aufstieg, um Ehre, um unser Geschick. Das ist das, was Schnitter aufzählt. Und da kann man von so einem Wasserwirbel geradezu weggespült werden. ein Sorgenwasserwirbel. Vier Arten von Wellen. Und manchmal sind sie alle in Bewegung. Da stürmt es von der einen Seite, von der Angst, und da kommt es von der nächsten Seite, vom Gewissen und von der Schuld. Und dann kommt die Krankheit und das Leid und da kommt die Sorge und alles spült von allen Seiten, weil diese tückischen Fallwinde da sind. Ich finde dieses Wort Fallwinde toll, weil es eben sagt, diese lebenszerstörenden Kräfte haben mit etwas zu tun in dieser Welt, nämlich mit einem Fall, in den der Mensch die ganze Welt reingezogen hat. Die Bibel nennt das Sündenfall. Es sind keine Märchengeschichten. Dahinter steckt eine tiefe, tiefe Wahrheit. Der Mensch hat etwas aufgemacht, was er nicht mehr beherrschen kann. Gott ist der Einzige, der die lebenszerstörenden Kräfte in Schach halten kann. Der Einzige. Und der Mensch darf in vertrauensvoller Abhängigkeit von Gott leben und so bleibt Lebenszerstörung in Schach besiegt. Kann sich nicht entfalten. Aber der Mensch, der diese Abhängigkeit von Gott aufkündigt, der in selbstherrlicher Autonomie, ich kann das, auch ohne Gott, versucht, in dieser Welt Herr zu sein, wird er leben, dass die lebenszerstörenden Kräfte, die er entbunden hat in diesem Moment, immer stärker sind. Er ist ihnen ausgeliefert. Diese Kräfte kann nur Gott beherrschen. Und nur ein Mensch, der ganz und gar mit Gott verbunden ist. Und in den Grenzsituationen unseres Lebens merken wir das alle sofort. Wir haben diese Kraft nicht. Dann kommen wir in diese schwerste Seelennot hinein und uns ist unleugbar vor Augen geführt, wir haben die Verbindung zu Gott verloren. Wir können nicht hinstehen und dem Sturm sagen, verstumme. Weder dem Sturm in der Völkerwelt, wo ein Volk gegen das andere kämpft, noch dem Sturm, der da draußen peitschen würde. Diese Macht haben wir nicht. Wir haben die Herrlichkeit verloren, die Gott uns zugedacht hat als Mensch, ja. Aber wir können uns eine Zeit lang darüber hinwegtäuschen. Und das tun wir. Die Menschheit täuscht sich darüber hinweg mit der Kraft, die sie selber jetzt noch in den Händen hat, nämlich der Kraft ihrer Technik, ihrer technischen Möglichkeiten. Da kann man sich wenigstens einen Moment der Illusion hingeben, selber Herr zu sein und zu neuen Ufern aufschippern zu können und von keinem Gott Gebrauch machen zu müssen. Die Technik ist unser Gott. Elektrotechnik. Kerntechnik. Gentechnik. Biotechnik. Nanotechnik. Und wir greifen ein in die tiefsten Bausteine des Lebens, in die tiefsten Bausteine der Materie. Wir greifen überall ein und wollen dort der Herr sein. Wir wollen das Wetter machen. Wir wollen sogar noch das Wetter beeinflussen. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Das hat der Paul Gerhard mal von Gott gedichtet. Das wollen wir heute machen. Es gibt ganze Programme, nicht nur in China, sondern auch in den USA, um das Wetter selber zu bestimmen. Der Mensch kann das. Und merkt auf einmal, und die Lebenszerstörung habe ich nicht im Griff. Ich öffne unter Umständen in die Büchse der Pandora. Wir setzen gentechnisch veränderte Moskitos frei, um gegen Malaria zu kämpfen. Wir manipulieren da dran rum an Lebensmitteln, um selber Herr zu sein. Wir brauchen keinen Gott. Und das, was einmal in der DDR so ein wunderbarer, sagen wir mal, Slogan war, mit dem man also seine Ideologie verbreiten wollte. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Das ist jetzt ein weltweites, großes Oratorium geworden. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Ja, ja, wirklich. Lebenszerstörende Kräfte durchpulsen immer noch diese Welt und werden sie durchpulsen nach wie vor, weil nur Gott ihnen Herr werden kann. Auf einmal ist dann da, bei aller Technik und bei aller Kalkulation und bei allem Genauen Hinschauen und Konstruieren, auf einmal ist da das Unkalkulierbare da. Das, was man nicht auf dem Schirm hatte. Das Unfassbare. Wo der Machermensch, wie man ihn so nennt, der Homophaber, der Machermensch auf einmal die Flügel strecken muss und sagen kann, das übersteigt nun wirklich alles, was wir technisch parieren können. Wir haben letztes Mal im Sonntag schon diesen Text aus dem Lukas-Evangelium gehört. Ich möchte ihn gerne noch mal hier zeigen. Jesus hat das gesagt. Er sagt, es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte des Himmels werden ins Wanken geraten. Wo sind wir dann mit all unseren Eigenherrlichkeiten und Selbstermächtigungen? Die Jünger rütteln an ihrem schlafenden Herrn. Meister, fragst du eigentlich nichts danach, dass wir hier umkommen, dass uns das Wasser bis zum Hals steht, buchstäblich? Und du schläfst. Du schläfst. Wir kämpfen hier ums Überleben und du machst ein Nickerchen. Man hört, dass da eine Menge an Vorwurf drin ist. Das ist unverantwortlich. Jetzt musst du auch schöpfen. Jetzt musst du auch den Eimer in die Hand nehmen. Jetzt muss das Wasser raus aus dem Boot. Jetzt musst du auch die Segel festhalten und nicht auf dem Kissen liegen und schnarchen. Es ist so, wenn es uns ans Leben geht, dann schaltet alles nochmal um. Dann werden wir manchmal alle Hemmungen verlieren und Aggressionen, die wir uns sonst nicht erlauben würden, die kommen dann doch nochmal richtig raus. Bei den Jüngern ist das so und bei uns nicht anders. Wenn es uns wirklich an den Kragen geht, dann reicht uns das nicht, dass da einer bei uns ist, der seelenruhig schläft. Dann wollen wir einen, der mit uns jetzt kämpft. Dann reicht uns das nicht, dass da einer bei uns ist, der nicht nur so schläft, sondern es ist der eine, der in der ungebrochenen Verbindung mit dem lebendigen Gott seine Ruhe hat und seine Geborgenheit hat. Das ist ja nicht nur irgendein Mensch, das ist der Mensch, der gezeigt hat seinen Jüngern, wie alles Lebenszerstörende und Kaputtmachende vor seinem Wort fliehen musste, der Kranke gesund gemacht hat, Gelähmte wieder auf die Beine gebracht hat, Blinde das Augenlicht wiedergegeben hat, Leprakranke rein gemacht hat, vor dem die bösen Mächte, die dämonischen Mächte zurückweichen mussten, weil er die Kraft hatte, ihnen zu gebieten. Das wissen sie, aber der schläft ja jetzt nur bei ihnen. Aber er ist doch noch immer derselbe, der da bei ihnen schläft. Dieselbe Kraft, dieselbe Macht und sie hören nicht seine Predigt, denn Jesus predigt auch schlafend. Ich liege und schlafe ganz im Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Was für eine Message von dem schlafenden Jesus. Du, Herr, schützt mich. Du, der die Welt geschaffen hat, du bist der, der mein Friede ist. Diese Message geht an ihnen vorbei. Die nehmen sie gar nicht wahr, dass Jesus auch predigt, wenn die regelmäßigen Atemzüge auf einem Kissen von ihm herkommen. Das können sie nicht verstehen. Wir sind nicht anders. Die Botschaft, du, Jesus, ist da. Und das ist gut. Und das ist genug. Er ist da. Nichts, nicht der Tod und nicht das Leben ist in der Lage, dich von ihm und seiner Liebe zu trennen. Wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir Leib und Seele verschmachtet umkommen, so bist du doch alle Zeit meines Herzens Trost. Du bist mein Halt. Du holst mich aus aller Not raus in deine tiefe Geborgenheit und in deine endgültige Herrlichkeit. Weil die Jünger taub und blind sind für diese Verkündigung des schlafenden Christus, gibt Jesus ihnen ein Zeichen. Ein Zeichen seiner ungebrochenen Vollmacht. Er stellt sich hin und redet den Wind an. Die wütende Böe. Schluss jetzt. Für uns wäre es albern, wenn wir das probieren wollten. Aber er ist der eine, der die Herrlichkeit nicht verloren hat. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist der, der die Vollmacht hat, das zu sagen. Er allein. Und so sagt er es. Er gebietet Ruhe und es kehrt Ruhe ein. Der schlafende Jesus ist ein wunderbarer Hinweis auf den, der seinen Weg bis zum Kreuz gegangen ist. Und der gebietende Jesus ist der Hinweis auf den, der auferstanden ist von den Toten und aufgefahren ist in den Himmel und sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Und das ist jetzt der Grund, warum heute Gottesdienst ist. Damit der, der an den Bildschirmen oder hier sitzt und von seinen Angstwellen ständig in Bedrängnis gebracht wird, hört, der gekreuzigte und auferstandene Christus will bei dir sein und ist bei dir. Er ist stärker als die Angst. Er, du nicht. Du nicht. Aber er und der, der gekommen ist und trotz aller Verdrängungsversuche die Schuld in sich spürt, die dann immer mal wieder zum großen Sturm sich aufmacht, soll wissen, Jesus Christus, der für deine Schuld gestorben ist, ist zu deiner Gerechtigkeit auferweckt und er ist da für dich und bei dir. Und die, die mit ihren Traurigkeitswellen nicht fertig werden und wo die Sorge fürchterlich einen Wasserwirbel nach unten erzeugt, soll hören, der, der die Welt überwunden hat und dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, der ist bei dir, der ist bei euch. Du denkst, da tut sich nichts. Er ist da und er wird auch den Sieg davontragen in deinem Leben. Warum seid ihr so voller Angst, wenn es in dieser Welt hoch hergeht, wenn die Wellen von allen Seiten auf euch einstürmen? Habt ihr noch keinen Glauben, fragt Jesus. War das alles nur Sonntagschristentum? Alles nur für die schönen Seiten des Lebens? Da haben wir alles glatt läuft. Und wir und ich schließe mich da ganz mit ein. Wir können nur antworten, Herr, ich glaube ja, aber hilf meinem Unglauben. Was für ein paradoxes Wort, das ein verzweifelter Vater gerufen hat, als Jesus ihn nach dem Glauben fragte. Ja, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Ich muss es so paradox sagen, da ist noch so viel Unglaube, so viel Kleinglaube. Eigentlich ist vor dir das alles, was ich an Glaube da habe. Eigentlich alles Unglaube. Hilf meinem Unglauben. Gib mir deine Stärkung. Ich glaube, ich klammer mich an dich, ich halte mich an dich und da ist doch so viel, so viel Zweifel, so viel Unglaube. Wir können sagen, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Das ist ein Schaffenswerk Gottes, ein schöpferisches Werk durch seinen Geist, dass er uns ein reines Herz gibt, das wirklich ganz rein an ihm hängt. Das können wir gar nicht machen. Wir hängen irgendwie immer noch an anderen Dingen. Schaffe du das. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib du mir einen gewissen Geist, räum diese Zweifel aus, räum das aus, diese Furcht vor jeder neuen Welle, die kommt und schenkt mir Tapferkeit. Gib mir einen tapfenden Geist, rüste mich aus mit Tapferkeit. Ein Liedermacher, der mir sehr viel bedeutet, hat so ein Lied geschrieben darüber, wie er an einem Krankenhaus vorbeikommt und einen schwarzen Wagen reinfahren sieht und wie das alles so schnell und reibungslos geht. Es ging so schnell und reibungslos und gab mir dennoch einen Stoß, singt er. Und dann sagt er am Schluss Gott, wenn ich einmal leiden soll, gib mir den Mut zum Tapfer sein und denen auch im Krankenheim. Das war kein christlicher Liedermacher, es war ein säkulare Liedermacher, aber das Lied hat mich bewegt. Herr, wenn ich einmal leiden soll, das kann ich doch mitnehmen, das kann ich auch als Christ übernehmen, gib mir den Mut zum Tapfer sein und denen auch im Krankenheim. wir dürfen das beten und er wird es erhören. Er wird uns den Frieden schenken, der die Wellen in unserer Seele zur Ruhe bringt und uns aus unserer Seel Not errettet. Amen. Wir wollen beten miteinander. Wir stehen auf dazu. Herr Jesus Christus, da wollen wir alle nicht hineingeraten in solch eine Todesnot. Wir haben es auch lieber ruhig und dass alles glatt läuft und dass keine Stürme da sind. Und wenn das kommt, dann sind wir auch so. Wir danken dir, dass du in deinem Wort uns diese Ehrlichkeit zukommen lässt, dass auch die Jünger nicht diese großen Helden waren, sondern da, wo es dann wirklich spitz auf Knopf stand, genauso ängstlich um ihr Leben gebangt haben, und versucht haben, es unbedingt zu retten. Danke, dass wir die Botschaft hören können von deinem Schlafen mitten im Sturm, dass das nicht Gleichgültigkeit ist, sondern dass du uns damit etwas sagst, dass wir hinschauen zu dem, der alleine Herr ist und der es alleine machen kann, dass wir sicher ruhen können. Herr, wir bitten dich, dass du uns in unserer Seelnot rettest, dass du die Wellen in uns und in unserer Seele zur Ruhe bringst, mit deinem gebietenden Wort. Nimm uns die Angst, die Sorge, das schlechte Gewissen, diesen Druck der Schuld und diese Verzweiflung im Angesicht von so viel Leid. Schenk uns Hoffnung, Zuversicht und Tapferkeit. Wir wollen so beten, wie du uns das Gebet geschenkt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Wir werden gleich ein Lied miteinander singen. Wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle von mit